Ja hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play Battlefield 1 und ihr seht wir sind mitten in der Runde, sehr ausgeglichenes Gefecht und da schauen wir natürlich gleich mal rein was da so wirklich ist und oh steht hier aber gleich mal richtig richtig rund. Ja und jetzt ist der Panzer schon mal rausgenommen. Na? Den will ich aber da haben. Nein, 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 nein. Ach der ist schon tot. Hör mich auf mich. Ich dachte, geh jetzt zu mir, der da aus dem Fenster schießt. Huch, huch. Nein, das gibt's nicht. Da freue ich mich schon, dass ich hier überlebe und dann kommt der andere über die Mauer gesprungen. Och Mensch, so geht's ja natürlich mal wieder grandios los, aber da fällt mir ein, ich wollte eh mehr mal von dem die Waffe mal ein bisschen angucken, ob ich da nicht irgendwas anderes machen sollte. Die MP18, vielleicht sollte ich mal so eine Automatik holen. Die waren, glaube ich, ganz geil. Hüftfeuer, Streuung. Ach, die probieren wir jetzt einfach mal aus. Mal schauen, was da so passiert. Oh, das Visier ist aber gewöhnungsbedürftig, du. Nein, da war noch wer. Aber gut, ich muss gleich sagen, die mit dem Visier, die tue ich gleich weg, weil das Visier ist super unangenehm. Allein schon, wenn man da so, da Dinge macht, also wenn man da aimt und, ach nee, 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 geht gar nicht. Aber gut, natürlich, die hat immer dieses Ding hier oben drauf. Das Magazin. Die MP18 war eigentlich ganz geil. Machen wir doch die experimentelle mal. Ach nee, die hat ja... Dann nimm mal die Graben. Ja, nimm mal die Graben. So. Und weiter wieder rein. So scheint kein Gegner hier zu sein, sonst wird man die nicht einnehmen können. Game selbst ist noch unglaublich eng. Wir müssen uns auch aufpassen, weil die könnten auch hier gut von hinten kommen. Weil gerade B und A ja denen gehört. Ja, genau. Als ob ich dein Pferd da nicht wäre, wenn du da angeritten kommst, Dude. So, mein Team nimmt da schon A ein. Und dann schauen wir mal Richtung B. Was da so möglich ist. Auch da wird es gerade eingenommen. Da sind schon ein paar Jungs mit mir. Das ist schon mal sehr fein. Das Ding ist kaputt. Komme ich hier in Schatten. Nein, 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 nein. Huhuhu. So knapp. Nein! Da kommt die Granate. Das gibt's doch nicht. Ich hab mich so gefreut, dass ich da so schön ligge und dass das schon alles passt und alles tutti ist. Und dann schmeißt er da noch die Granate rein. Da ist jetzt keiner. Dann müssen wir bei dem spawnen und gehen dann runter zum Punkt. Da war doch einer, oder? Na also. Ich glaub's hackt. David gehört auch uns. Ja, aus dem Fenster. Komm schon, ich will wieder rein. Ich bin heiß. Es läuft gerade gut für unser Team. Und wenn es gut für unser Team läuft, läuft es auch gut für mich. So, D bleibt bei uns. Da sterben Leute von meinem Team. Hab ich dich? Hab ich dich? Jetzt ist er bei C. Eine Granate. Oh. Keine Granaten. Ha ha ha. Huhuhu. Hihihi. Nein, ich sitze hier an der Ecke. So ein Harzer. Gibt's doch nicht. Der aus dem Fenster, jetzt hier aus dem Ding. Jetzt geht er mir auf den Keks, du. Jetzt weiß ich ja, wo er ist. Nein! Oh! Na ja gut, die wussten jetzt natürlich alle, wo ich bin. Da war es jetzt für die sehr einfach. Aber, da tue ich nicht lang rum. Da geht's gleich zurück in den Kampf. Vielleicht ist er nicht auf direktesten Wege. So, der war gut, der Kill. Der war auch ordentlich. Oh, da kommt wieder einer. Dass da nie mal einer alleine ist. Nimmt man zwei raus, freut sich schon. Läuft. Ist happy. Dann sowas. Oh, auf G. Was ist denn bei G? G, D. Überall. Aber es ist eine unglaublich knappe Runde. Und, da ist er weg gewesen, der Panzer. Also, wenn das nicht mal überzeugend war, dann weiß ich aber nicht. Wo war denn der jetzt wieder? Ach, da habt ihr und eure Fenster, gell? Komm, ich will da rein. Wir haben Einsatzziel Gustav erobert. Ach, ja gut, zählt als Kill. Wenigstens den einen da. Oh, jetzt sind es da aber schon drei. Jetzt werden es da richtig viele. Aber gut, die haben natürlich auch da ihren Spawn. Das ist für die da deutlich leichter, da ranzukommen. Aber jetzt haben wir sie da ordentlich scheinbar rausgeschossen. Und jetzt liegen wir mittlerweile mit 40 Tickets vorne. Ist klar, habt ihr gesehen, was da kommt? Ich werde hier mal... Ja, das nehme ich mit. Auch wenn es mir nicht so viel bringen wird. Besonders jetzt, wenn da der kommt. Ihr seht es mich nicht, ihr seht es mich nicht. Ja, das war es. Ich konnte da einen mitnehmen, aber mehr eben auch nicht. So, aber wie gesagt, ihr seht es ja, wir liegen jetzt gut... Oh, oh, oh. Wer ist denn da auf meinem geliebten VG-Punkt? Nein, mehr ging nicht. Schnell noch zwei Schütze rausgepratzt. Aber dass da wieder... Dass da immer die fetten Dinger kommen. Jetzt kann ich da nicht mehr rein. Flugzeug ist nicht. Aber da kann ich unterstützen, weil da ist auch ein Panzer. Und dann kommt da noch einer. Ich krieg doch die Motten. Da ist man froh, dass einer irgendwie gerade da wegfährt oder man ein bisschen Ruhe hat und dann kommt gleich wieder der Nächste. Aber gut. Das wird wenigstens ein Sieg, weil den Punkt... Den lassen sie jetzt sträflich alleine. Warum auch immer. Macht eigentlich gar keinen Sinn, was die da jetzt hier machen, die Gegner. Das jetzt unbedingt auf C drücken. So, erstmal den Punkt eingenommen. Jo. Boah, was ein Sturm hier. So. Aber jetzt auf C, da ist noch ein bisschen was los. Ein, zwei Kills will ich schon noch mir holen. Auch wenn ich kaum mehr was sehe. und die Akustik auch immer schlechter wird. Also, vielleicht willst du noch mehr campen. So, und jetzt schaut es super aus. Kaum mehr Möglichkeiten für die, hier jetzt noch gegen anzukommen. Jetzt schaue ich nochmal zu B hin, aber wie gesagt, da passiert jetzt nicht mehr so viel. Boah, aber der Sturm ist halt wirklich krass. So, jetzt überrennen wir hier doch noch den Gegner. Komm, Junge. Wird er schon noch einen nehmen, wenn da noch einer daherkäme. Ist alles wichtig für die Endtickets in der Runde. Aber, ich glaube, das ist hier so gut wie durch, dass sich da nochmal jemand wehrt und dass hier die Runde verloren geht. Nee, ich sehe halt echt nicht die Hand vor Augen. Oh, der kommt aber ganz schön spät, der Panzerzug, muss man mal sagen. Und da war's, der ist der Sieg. Ja, und wie gesagt, auch dafür, dass ich erst gut nach der Hälfte eingestiegen bin, muss man sagen, war das eine feine Runde und natürlich ist es schon so, dass ich gerne auch dann siege. Jetzt kommt noch ein Battlepack und da bin ich happy. Komm, Battlepack, Battlepack, Battlepack. Nein, 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 nein. Ach, Mensch, kein Battlepack. Egal, im Trupp, aber hier, Platz 2 der zerstörten Fahrzeuge und reichlich Punkte und auch, wie gesagt, ich bin mit meinem 26. Platz immer noch zufrieden, weil wie ihr seht, wenn ich früher eingestiegen wäre, also zur Hälfte, wäre ich hier so irgendwie hier gelandet. Also alles in Ordnung. Naja, damit, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Battlefield, euer Alcaramba. Bis zum nächsten Mal.